Mein Name ist Joachim Borner, ich komme vom Projekthof Karnitz und Karnitz liegt ja zwischen der Müritz und Rostock. Das ist nicht einordnenbar. Also es liegt in der mecklenburgischen Schweiz in der Nähe von Malchin. Das ist eine wunderschöne Gegend, das sagt der Name Schweiz schon aus, sehr ländlich und eine Region, die, ob sie es will oder nicht, wirklich im Umbruch steckt. Wir haben in der öffentlichen Diskussion eine komische, ich denke fast fatale Diskussion, nämlich die Zukunft der Nachhaltigkeit passiert in den Städten. Ja, natürlich ist es naheliegend, wenn 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben, dass da ganz vieles passiert. Aber das hat einen Umkehrschluss, der nicht stimmt, nämlich, ah ja, das Ländliche ist nicht relevant. Viele der Fragestellungen, die wir haben, sind aber Fragestellungen, die den ländlichen Raum betreffen. Ob es Artenvielfalt ist, ob es die Umstellung eben der Landnutzung ist, ob es Klimaschutz und Klimaanpassung ist, das kriege ich in der Stadt ja gar nicht hin. Ich habe also da Veränderungen, die ungemein radikal sind. Lernen wird verstanden, wie kriege ich Kompetenzen entwickelt, damit ich in solchen Transformationsumbruchprozessen durchkomme und klarkomme und begreife und wahrnehme, was denn da ansteht an Umbrüchen. Wenn Schule für die Zukunft einen Sinn haben soll und für die Zukunft Nutzen bringen soll, dann muss ich auch realweltlich lernen. Also in realen Situationen. Und dazu brauche ich vielleicht Formen des Projektlernens. Und die Schüler auch sagen, wir wollen ein forschendes Lernen haben, hat eben den Hintergrund zu sagen, ja, wir brauchen die Erfahrung, wie ich denn Wissen neu generiere, wo wir alle kein Wissen dazu haben. Und diese Erfahrung, wie gehe ich denn methodisch daran, was ist exploratives Lernen oder Forschen? Das ist jetzt eingebettet in diesen Schullernprozess. Ist also weit weg von dem, was wir bisher unter Bildung für nachhaltige Entwicklung verstehen. Die Möglichkeiten für ein Projekt, für den Projekthof, für diese Art auch von Projekten und von Lernorten sind natürlich einfach ganz banal. Ich habe da Platz. Die technische Ausstattung, die Ausstattung mit digitaler Infrastruktur ist natürlich eine besondere Herausforderung. Also wenn man da telefonieren will, muss man da auf einen Hof rausgehen, weil drinnen im Haus die Verbindung zu schlecht ist. Wenn, da wir einen Satellitenempfang fürs Internet haben, wenn es zu dicke Wolken sind, wenn es Regen gibt, hat man dann gar keinen Empfang. Das ist natürlich ungemein störend. Also wenn man in überregionalen Kontakt kommen möchte via Internet, via Zoom oder Skype oder in internationale Kontakte, dann ist das nervend, dann ist das ärgerlich. Und naja, die Gelassenheit, mit der die ländlichen, die kommunalen und auch regionalen Behörden damit umgehen, ist schon verwunderlich. Weil diese schlechte Ausstattung natürlich die Abwanderung befördert oder die Nichtzuwanderung befördert. Also alles runter auf Bürger zu schieben, macht keinen Sinn. Es geht da schon wirklich um Kooperation und auch eine staatliche oder gesellschaftliche Verantwortung für die Absicherung von Infrastruktur, weil das immer eine wesentliche Grundbedingung ist, ob Menschen an einem gesellschaftlichen Leben teilhaben können oder nicht. Und wenn die Infrastruktur wegfällt, ist ein Ausschluss da, der ganz viele der Probleme, die wir im politischen Bereich haben, mit auslöst. Und so bauen die Schüler jetzt, jetzt im Augenblick ist die Gestaltungsphase, sich ihren eigenes Schulrestaurant. Ziehen die Kommune mit rein, die planen das mit ein, dass ein Schülerrestaurant entsteht. Und wir brauchen ein Restaurant, weil wir ja gut essen wollen. Und gut essen heißt, eine Esskultur zu entwickeln. Also man merkt mit einmal, wie Veränderungsprozesse in ganz viele Pfade und Wege einschlagen, an die man zu Anfang gar nicht denkt, wenn man nur die ökologische Nachhaltigkeit hat. Sondern es geht um die kulturelle Nachhaltigkeit, es geht um soziales Leben, es geht um die Entwicklung von Konsummustern, die eben eine andere sind als die des schnellen Kaufs in irgendwelchen Discountern. Wir machen ja nun jährlich eine internationale Sommeruniversität, die nicht bloß Städter einlädt, sondern meistens Städter aus sechs, sieben unterschiedlichen Nationen. Und wenn wir das hinkriegen, wenn es uns gelingt, die Arbeit in dieser Sommeruniversität, in der es um Kommunikation, nachhaltige Entwicklung geht, zu verbinden mit realen Projekten und Prozessen in der Region, dann ist das ein Gewinn. Und auch eine Erfahrung für entwicklungspolitische Arbeit, dass wir nicht in Frage stellen wollen, solche Kurzprojektansätze mit dem Thema reinzufliegen in eine Klasse und das dann in zwei, drei Vorträgen vorzustellen. Dass wir aber gelernt haben, dass eine Wirkung, die dann von den Schülern auch formuliert wird, muss gar nicht verbal sein. Es kann auch sein, dass wir sagen, können wir bei euch am Projekthof mitarbeiten? Wie können wir uns mit euch vernetzen? Dass solche Wirkungen erst eintreten, wenn ein längerer Zeitraum beschritten wurde. Bis zum nächsten Mal.